Die selbsterfüllende Prophezeiung Eine Geschichte von Andrea Andersson Oh, was war das denn? wurde unverhofft mein erster Gedanke des neuen Tages. Erschöpfter als vor dem Schlafengehen war ich aufgewacht, mit schmerzenden Muskeln und fiebrig heiß. Ich rang nach Luft, riss die Bettdecke zu Boden und war einerseits froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Zur gleichen Zeit aber führte ich mich einer Chance beraubt, einer wichtigen Aufgabe unfreiwillig und unabänderlich enthoben, diesem Mädchen zu helfen, das voller Verzweiflung seine Hand nach mir ausgestreckt hatte und dem ich gerade noch geschworen hatte, es zu retten. Und nun war ich aufgewacht. Mir kamen sogar die Tränen. Es hatte sich so echt angefühlt. Noch immer stand ich völlig unter Schock. Ich setzte mich auf und spulte diesen seltsamen Traum noch einmal in meinem Kopf ab, bevor er meiner Erinnerung endgültig entrinnen würde. Schon jetzt wirkte alles zusammengestückelt. Die Szenen, die ich gerade noch als so real empfunden hatte, ergaben in der Retrospektive kaum noch einen Sinn. Ich sah nur noch schemenhafte Bilder, davon, wie ich mit Charlie, meinem kleinen Mops, durch unseren Stadtpark spazierte. Im nächsten Moment lief ich mit einem kleinen Mädchen an der Hand auf einen Spielplatz zu. Ich selbst schien auch ein Kind zu sein, das Mädchen wohl meine Schwester, obwohl ich gar keine Schwester habe. Aus einer völlig anderen Perspektive konnte ich uns beiden zusehen, wie wir fröhlich gemeinsam im Sand spielten. Einen Augenblick später schlenderten wir durch eine Stadt, die ich nicht kannte. Dort verlor ich das kleine Mädchen plötzlich aus den Augen. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Panisch rannte ich durch die belebten Straßen, doch ich konnte sie nirgendwo finden. Da kam ein weißer Transporter angerauscht. Aus ihm sprangen drei schwarzvermummte Männer, die sofort auf mich zuhasteten. Ich rettete mich in ein Hotel auf der anderen Straßenseite, hetzte dort von einem Raum zum anderen, versteckte mich vor den bedrohlichen Gestalten, die nichts Gutes im Schilde führen konnten. Fragte mich, ob sie womöglich bereits das kleine Mädchen geschnappt hatten. Sie war in Gefahr, ich konnte es spüren. Mir leuchtete ein, dass ich unbedingt irgendetwas tun musste. Stattdessen kauerte ich regungslos hinter einer Säule in einem hinteren Saal des Hotels, gänzlich gelähmt vor Angst. Dann sprach mich ein alter Mann an, neben dem ich mich, ohne mich darüber großartig zu wundern, auf einer Bank zurück in unserem Stadtpark sitzend fand. Und da lag auch Charlie wieder zu meinen Füßen, nagte genussvoll an einem Stöckchen, das er wohl irgendwo unterwegs aufgelesen hatte. Ich war immer noch aufgewühlt, sorgte mich um das Mädchen, gleichwohl wissend, dass ich absolut nichts gegen die dunklen Gestalten auszurichten vermochte. Erst da vernahm ich die Worte des alten Herren neben mir, der schon eine ganze Weile mit mir gesprochen haben musste. Er erzählte mir von einer alten Legende über einen ganz besonderen Kelch, den Kelch des selbstlosen Helden, und wie jeder, der daraus trinke, zu großen Heldentaten bemächtigt würde, und wie in der Vergangenheit schon große Kriege mit Hilfe dieser Geheimwaffe gewonnen worden seien. Der Mann fuhr fort, dass ich das Mädchen nur retten können würde, wenn ich einen Schluck aus diesem Kelch tränke. Woher wusste er überhaupt von dem Mädchen? Mit todernster Stimme mahnte er mich, unbedingt den Kelch zu finden, und fragte mich mit einem belehrenden Fingerzeig, ob ich denn nicht wüsste, was eine selbsterfüllende Prophezeiung sei. Perplex schaute ich ihn an. Eine Antwort blieb ich ihm wohl schuldig, denn abermals gab es einen Szenenwechsel, und ich befand mich nun in einem alten Bahnhofsgebäude, dessen Fußboden mit wunderschönen viktorianischen Mosaikfliesen gepflastert war. Gerade lief ich zum Schalter, um ein Zugticket zu kaufen. Da stand auf einmal das kleine Mädchen vor mir. Hocherfreut lachte ich ihr zu, streckte meine Arme nach ihr aus, doch als ich sie berühren wollte, griff meine Hand ins Leere, als wäre sie in einer anderen Dimension. Mehr und mehr verschwamm ihre Form, bis sie nur noch gerade soeben als nebelhafte Geisterscheinung wahrzunehmen war. Von Traurigkeit erfüllt blickte sie mir hilfeflehend entgegen, doch ihre Augen waren gleichermaßen von Resignation gezeichnet, als sie sich von mir abwand und hinter den Bahngleisen verschwand. Krampfhaft versuchte ich noch ihr nachzurennen, aber die Luft erschien wie aus Gelee, indem ich feststeckte und mich keinen Zentimeter fortbewegte. Also konnte ich ihr nur zurufen, dass ich sie retten kommen würde, dass sie den Mut nicht verlieren dürfe. Prompt in dem Moment, als ich ihr mein Versprechen gab, wurde ich gewaltvoll vom Klingelton meines Weckers, meinem Traum entrissen, wachte auf. Und so saß ich also hier in meinem Bett, aufgeregt, betroffen und absolut nicht bereit für den neuen Tag. Und das alles wegen eines dummen Traums. Wie konnte mein Unterbewusstsein nur auf solche Ideen kommen? Woher nahm es die Bilder? Ich hatte das Mädchen noch nie gesehen. Und dieser Kelch des selbstlosen Helden? Ich zerbrach mir den Kopf, ob ich neulich irgendwelche historischen Dokumentationen im Fernsehen gesehen hatte. Wie kam ich auf solch einen Namen, geschweige denn auf die Legende darüber? Es half nichts. Die Arbeit rief, und Charlie lag auch schon auf der Lauer, in Erwartung seines allmorgendlichen Spaziergangs. Ah, wer weiß, wo ich das alles aufgeschnappt habe, rieb ich mir meine müden Augen, zwang mich, den Gedankengang zu beenden und meinen Pflichten in der realen Welt nachzugehen. Spätestens als Charlie dann beim Gassigehen überraschend meinte, das Raubtier in sich entdecken zu müssen und mir fast den Arm auskugelte beim beherzten Versuch, einer Katze in die Büsche hinterher zu jagen, wohlbemerkt mit mir am anderen Ende der drei Meter langen Rollleine, war auch der letzte Gedanke an meinen komischen Traum vom Winde verweht. Oder wahrscheinlich irgendwo zwischen den stachelnden Ästen des Gesträuchs hängen geblieben, aus dem ich nun Charlie und mich selbst befreien musste, während uns die Katze aus der Distanz gehend verhöhnte. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die ganze Woche hatte ich keine Sekunde lang noch einmal an diesen Traum gedacht. Als ich mich allerdings am Wochenende mit einer Freundin im Stadtpark traf und Charlie stolz ein Stöckchen angeschleppt brachte, das er auf dem Weg erbeutet hatte, lebte die Erinnerung unweigerlich wieder in mir auf und ich konnte nicht anders, als die Parkbänke unauffällig zu inspizieren auf der Suche nach dem alten Mann, der mir von dem Kelch erzählt hatte. Ich musste über mich und meine Einfalt selbst ein bisschen schmunzeln. Zugleich empfand ich jedoch auch eine gewisse Anspannung und es gelang mir gar nicht so leicht, sie abzuschütteln. Die Szenen aus dem Traum tanzten mir hier vor der Kulisse des Parks lebhafter denn je auf der Nase herum. Ich führte die gleiche Beklommenheit. Es schnürte mir geradezu die Luft ab, bis meine Freundin mich schließlich aus meinen Gedanken herausriss und meine volle Aufmerksamkeit auf die schwierige Entscheidungsfrage lenkte, ob wir uns ein Stück Torte vom Lieblingskonditorei-Café oder doch lieber einen Eisbecher bei dem herrlichen Wetter zum Kaffeetrinken gönnen sollten. Nur fürs Protokoll, der Eisbecher siegte. Es schien verrückt, aber jedes Mal, wenn ich von nun an Wochenends im Park mit Charlie spazieren ging, fielen meine ersten Blicke immer zuerst auf die Parkbänke. Nach dem alten Mann Ausschau zu halten, entwickelte sich mehr und mehr zu einem festen Ritual unseres Sonntagsbummels. Nicht, dass ich damit rechnete, ihn wirklich zu treffen. Nein, es war eher eine spielerische Beschäftigung. Ich spann den Traum in meiner Fantasie weiter, malte mir aus, was wohl geschehen wäre, hätte der Wecker nicht geklingelt. Irgendwann begann ich sogar damit, mich extra zu alten Menschen auf die Bank zu gesellen, um meiner Fantasie mehr Realität zu verleihen und eine Unterhaltung auf die Wege zu bringen. Aber fast immer beschränkten sich die Gespräche auf das Wetter und auf Charlie. Wenn die Senioren tatsächlich einmal ein anderes Thema anschnitten, so war dies natürlich erwartungsgemäß Galaxien davon entfernt, in einer Unterredung über den Kelch des selbstlosen Helden zu münden. Und ganz ehrlich, hätte ich jemals diesen Begriff im wahren Leben von jemand anderem als mir laut ausgesprochen gehört, wäre ich wahrscheinlich vor lauter Schreck tot umgefallen. Ich kann nicht einmal genau erklären, warum ich diese Fantasie eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue heraufbeschwor. Beinahe wie ein Hobby oder eine Gedächtnisübung rief ich mir regelmäßig bei meinen Sonntagsspaziergängen im Stadtpark diesen Traum in die Erinnerung zurück. Die Senioren freuten sich zweifelsohne über einen kleinen Plausch auf der Parkbank. Das Problem ist nur, wenn man eine Fantasie mit der Realität verankert und sich zu lange mit ihr beschäftigt, wird diese Fantasie unterschwellig zunehmend ein Teil seiner Realität. Genau das geschah. Je mehr ich mir den Kopf darüber zerbrach, wie ich dem Mädchen aus dem Traum, wäre es real, helfen können würde, je mehr ich mich mit der Idee befasste, wie es sich wohl anfühlen würde, von gefährlichen Fremden verfolgt zu werden, nach dem Schema, was wäre, wenn dieser weiße Transporter jetzt und hier plötzlich vor mir am Straßenrand halten und drei vermummte Männer auf mich zueilen würden, desto mehr musste ich mir meine Wehrlosigkeit und Ratlosigkeit eingestehen. Was könnte ich im Ernstfall schon bewirken? Diese Vorstellung jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich überlegte für einen kurzen Moment, ob ich mich nicht zu einem Selbstverteidigungskurs anmelden sollte. Oder vielleicht lieber zum Leichtathletiktraining? Und wenn so ein kleines Mädchen mir nichts dir nichts einfach verschwinden würde, was würde ich tun? Wo würde ich anfangen zu suchen? Ich merkte, wie meine kleine Spielerei mit den Fantasien langsam aber sicher eine neue Qualität annahm, die von deutlich mehr Ernsthaftigkeit geprägt war. Was wäre, wenn, wurde zum neuen Foltermittel, mit dem ich meine Gedanken mittlerweile nicht mehr nur sonntags im Stadtpark, sondern ständig und überall drangsalierte, sobald ich einen weißen Lieferwagen auf der Straße erblickte oder einen Spielplatz oder ein kleines Kind. Ich wurde sensibel für vermissten Anzeigen in den sozialen Medien. Als ich mich eines Abends spaßeshalber an den PC setzte und konkret im Internet nach vermissten Kindern recherchierte, Gott weiß warum, erschlug mich die Masse an Beiträgen dazu. Das konnte man wahrlich nicht mehr Realitätscheck nennen, ich erlitt einen knallharten Realitätsschock. Was ich las, klang so fern von der Welt, in der ich lebte, und doch existierte diese schreckliche Welt da draußen parallel zu meiner. Ich hatte nur Glück gehabt, auf der Sonnenseite des Lebens aufwachsen zu dürfen. So viele Kinder lebten im Schatten der Gesellschaft und im Schatten lauerten Monster. Das hatte ich als kleines Kind schon gewusst. Doch während für mich, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, ein harmloses Fangspiel geblieben war, bedeutete es für erschreckend viele Kinder im Schatten erlebte Wirklichkeit. Sie begegneten den Monstern. Wohin verschwanden diese Kinder? Was passierte mit ihnen? Die Antworten, die ich auf diese Fragen fand, brachten mich den Tränen nah. Mir wurde beim Lesen über die Schicksale einiger dieser entführten Kinder grottenschlecht. Für einen Moment wünschte ich mir, aufzuwachen. Aber ich war wach. Auch wenn sich die Luft im richtigen Leben meines Wissens nicht in Gelee verwandeln kann, steckte ich in gewisser Weise genauso fest wie damals in meinem Traum. Und da klopfte es wieder mit dem Vorschlaghammer an der Tür, das Was wäre wenn? Was wäre wenn dieses Mädchen aus meinem Traum in der Tat existierte und ihr Bewusstsein auf wundersame Weise über den Traum einen Hilferuf an mich entsandt hatte? Oder war sie etwa tot? Und ihr Geist war mir erschienen, sodass das Verbrechen an ihr aufgeklärt werden könne, so wie man es manchmal in Filmen sieht? Nicht, dass ich normalerweise an so etwas glaubte, aber genauso wenig hätte ich mir je vorgestellt, dass es Menschen geben könnte, die Kindern die Dinge anzutun vermochten, über die ich bei meinen Recherchen schwarz auf weiß lesen musste. Wenn es derartig unfassbares Böses auf dieser Welt geben konnte, wieso sollte es dann nicht möglicherweise auch unfassbare Wunder geben können. Möge darüber lachen, wer will, aber eine Zeit lang suchte ich das Internet ab nach einem Bild von diesem Mädchen und ich fürchtete mich gleichzeitig wie verrückt davor, es womöglich tatsächlich neben einer vermissten Anzeige zu finden. Aber die Suche blieb erfolglos. Nachdem ich dann zum zweiten Mal am Stück zu spät zur Arbeit kam, weil ich nach etlichen zermarternden, schlaflosen Nächten den Wecker in der Frühe nicht gehört und verschlafen hatte, erreichte ich einen Punkt, an dem ich mir sagen musste, bis hierher und nicht weiter. Denn mich ereilte ein dumpfes Gefühl, dass ich dabei war, selbst schnurstracks auf den Schatten zuzusteuern. Wohl bemerkt, alles wegen eines Traums. Also trat ich zurück in den Sonnenschein und freute mich darüber, dass es mir gut ging. Jedenfalls war das mein Plan. Doch die Spaziergänge mit Charlie schienen nie mehr so unbeschwert wie einst. Und so gern ich mich mit meiner Freundin traf, so ertappte ich mich neuerdings des Öfteren dabei, wie meine Gedanken mit mir wandern gingen, wenn sie in ihren typisch aufgeregten Redeschwall über unsere Lieblingsfernsehserie verfiel, in welchen ich normalerweise gerne und nicht weniger enthusiastisch einzustimmen pflegte. Nur hatte ich mittlerweile so viele Episoden verpasst, dass ich die Hälfte der Zeit sowieso nicht wusste, worüber sie sprach. Während sie sich leidenschaftlich in Details vertiefte, wer, mit wem, warum und wie und sowieso, stellte ich fest, dass mich das alles überhaupt nicht mehr interessierte. Es langweilte mich geradewegs, gab es doch so viel Wichtigeres, über das man hätte sprechen können. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Als mich mein Chef kurzfristig auf eine außerplanmäßige Geschäftsreise schickte, begrüßte ich die Abwechslung vollkommen. Ein paar andere Bilder zu sehen, mich auf ein neues Projekt zu konzentrieren, würde mir sicher helfen, meinen Kopf wieder klar zu bekommen. Es galt, einen großen Auftrag an Land zu ziehen, und ich stürzte mich sofort in die Arbeit. Es zahlte sich aus. Schon lange hatte ich mich nicht mehr so gut gefühlt, wie an jenem Freitagnachmittag, als ich wieder zur Heimreise rüstete, mit einem breiten Lächeln im Gesicht und dem erhofften, unterschriebenen Vertrag in meiner Aktentasche. Der Chef würde für Freude an die Decke springen. Mir blieb noch etwas Zeit bis zu meiner Zugfahrt nach Hause, also schlenderte ich durch die hiesigen Einkaufspassagen auf der Suche nach einem passenden Geschenk für den anstehenden Geburtstag meiner Mutter. Ein bunt dekoriertes Schaufenster eines Antiquitätengeschäfts weckte mein Interesse. Solche Läden zogen mich schon seit Kindesalter magisch an. Meine Mutter hatte einmal gemeint, das müsse ich wohl von ihr geerbt haben. Somit war ich zuversichtlich, genau hier fündig zu werden. Vorsichtsalber stellte ich mir den Alarm auf meinem Smartphone ein, denn die Chancen standen hoch, dass ich hier die Zeit vergessen würde. Danach zögerte ich nicht lange, in diese faszinierende Zeitkapsel von einem Geschäft einzutreten. Hatte ich soeben den Geburtsplatz der Redewendung, ein Elefant im Porzellanladen gefunden? So kam es mir jedenfalls vor, als ich mich vorsichtig durch die dicht aneinandergereihten, bis zum letzten Quadratzentimeter vollgestellten, überfüllt wäre der treffendere Ausdruck, Regale hindurchbalancierte. Staunend huschten meine Blicke über ein wahres Meer von Ausstellungsstücken. Die Teile so gefährlich über den Rand der Regalböden ragten, als lauerten sie nur auf eine kleine unachtsame Bewegung meinerseits, um sich auf mich zu stürzen und mich unter sich zu begraben. Ich dachte gerade noch so bei mir, dass der Ladeninhaber ein großes Schild am Eingang anbringen sollte, mit der Aufschrift Betreten nur mit ausgezeichneter Haftpflichtversicherung. Da stach er mir plötzlich in die Augen. Ich zuckte vor Schreck so sehr zusammen, dass ich mit meinem Rücken leicht gegen das Regal hinter mir anstieß und damit ein höllisches Klirren und Klappern auslöste, welches mich glatt noch ein zweites Mal zusammenzucken ließ. Mit eingezogenem Kopf und zusammengekniffenen Augen wartete ich auf die Entfaltung des von mir gefürchteten und so bildhaft vorgezeichneten Albtraum Szenarios und sah schon gedanklich meinen versprochenen Bonus für den unterzeichneten Vertrag für die Bezahlung eines antiquarischen Scherbenhaufens flöten gehen. Aber wieder erwarten beruhigte sich das Klapperkonzert wieder und die großen Paukenschläge fielen zum Glück aus. Puh, das war gerade noch einmal gut gegangen. Augenblicklich heftete ich meine Blicke wieder auf das Objekt, welches meine unfreiwillige Impulsreaktion ausgelöst hatte. Versteckt hinter einigen prunkvollen Amphoren und Keramikkannen auf der obersten Etage des Regals vor mir stand ein stark beschädigter, dunkelblau, goldfarbener antiker Becher, der einen mutigen Krieger abbildete, welcher mit seinen bloßen Händen einen Drachen erlegte. Unerschütterlich mit erhobener Faust erlaubte er keinen Zweifel daran, dass er als Sieger des Kampfes um Leben und Tod gegen das Böse hervorgehen würde. Er stellte den Inbegriff eines Helden dar und mich überkam eine Gänsehaut beim Anblick seiner Unerschrockenheit und Entschlossenheit, Gott, die die selbst zugleich etwas aufrechter dastehen ließ. Wow! Der alte Mann in meinem Traum hatte ihn nicht näher beschrieben, aber tief in meinem Innersten wusste ich es. Das war der Kelch des selbstlosen Helden. Ich war mir absolut sicher. Dieser Kelch sprach zu mir, er wollte von mir gefunden werden und mein Herz begann so kraftvoll zu schlagen, als hätte ich mich soeben Hals über Kopf verliebt. Verwirrt rang ich nach Atem, als ich merkte, dass ich hier gerade allen Ernstes den Gegenstand einer Legende, von welcher ich in einem Traum gehört hatte, zu sehen glaubte. Ich hatte es im ersten Moment nicht einmal realisiert. Umso mehr schüttelte es mich nun und ich bemühte mich sofort, mir den diesen blöden Traum gedacht und jetzt hatte er mich wie aus dem Hinterhalt überfallen und komplett überwältigt. Gebannt starrte ich auf diesen außergewöhnlichen Kelch. Da hörte ich ein Geräusch aus den Hinterräumen des Geschäfts dringen. Bald darauf steckte eine elegante ältere Dame ihren Kopf um die Ecke und begrüßte mich eher misstrauisch als freundlich. Mein geräuschvolles kurzes Techtel Mächtel mit dem Regal hinter mir hatte meine Anwesenheit zugegebenermaßen in einer etwas peinlichen Manier angekündigt. Dementsprechend kühl bis bissig fiel der Tonfall der Inhaberin aus, als sie mich fragte, ob sie mir helfen könne. War mir noch zu helfen? Das vermochte ich in meiner derzeitigen Verfassung nicht wirklich einzuschätzen. Ich stockte kurz, riss mich zusammen, dann befragte ich sie gespannt Sie griff sich einen kleinen Stufenhocker und bewegte sich mit ihm so graziös wie eine Balletttänzerin durch die engen Gänge, dass ich beinahe das Bedürfnis verspürte, ihr für den kleinen Tanz mit ihrem hölzernen Tanzpartner Beifall zu spendieren. Fürs Protokoll ich verkniff es mir. Diesen Kelch meinen sie? Vergewisserte sie sich, entgeistert, dass bei all den bestens präservierten Prachtstücken, die es hier gefühlt zu Tausenden zu bewundern gab, sich jemand ausgerechnet für diesen lädierten, angeschlagenen, vergleichsweise unauffälligen Becher interessieren konnte, über den sie darüber hinaus rein gar nichts wusste, außer, dass er schon sehr alt sein musste. Geschäftig versuchte sie, meine Aufmerksamkeit auf andere Trophäen und Trinkgefäße von weitaus pompöserer Natur zu lenken, die ihr selbst wahrscheinlich viel besser gefielen, merkte jedoch, dass sie damit auf verlorenem Posten stand. Mit einem breiten Lächeln, einem unterschriebenen Vertrag in der Aktentasche und einem angeknacksten antiken Becher im Handgepäck trat ich schließlich die Heimreise an. Das Geschenk für meine Mutter hatte ich in der Aufregung ganz vergessen. Während der Fahrt nach Hause wurde mir klar, dass ich keinem wirklich erzählen konnte, warum ich den Kelch gekauft hatte, wollte ich mich nicht für verrückt erklären lassen. Ja, ich zweifelte mittlerweile zuweilen selbst ein wenig an meinem Verstand. Was wäre, wenn, was wäre, wenn, ich seufzte. Was wäre, wenn dieser Traum eine Vision war? Was wäre, wenn der wahre Grund der Geschäftsreise der war, mich Kelch zu führen? Wollte ich wirklich so weit gehen, alles aufs Schicksal zu schieben? Oder schien die logischere Erklärung nicht zu sein, dass ich einfach etwas in diesen Becher hinein interpretierte, ich weiß nicht, vielleicht um mein Leben spannender zu machen? Hatte ich vielleicht das Bedürfnis, diesen Kelch zu finden, weil der alte Mann in meinem Traum von einer selbsterfüllenden Prophezeiung gesprochen wollte ich mir die Prophezeiung etwa selbst erfüllen, weil ich mich von meinen Ängsten befreien wollte? Weil ich mir insgeheim wünschte, ich könnte auch ein Held sein? Könnte die Kinder vor den Monstern im Schatten retten? Meine Internetrecherchen hatten mir schwer zu schaffen gemacht, und ich glaubte, ich begann zu verstehen, warum ich in dem Becher unbedingt den Kelch des selbstlosen Helden sehen wollte. Möglicherweise war das sogar der Ursprung meines Traums gewesen. Ich war unzufrieden, wollte mehr sein, als ich war, ein besserer Mensch, ein Mensch, der etwas bewirken kann, der sich gegen die Ungerechtigkeiten und das Unheil in dieser Welt stellt, anstelle froh zu sein, dass es einem selbst nicht betrifft. Ein Mensch, der sich in den Schatten begibt, um jemandem zu helfen, der sich selbst nicht helfen kann, anstelle auf der Sonnenseite einfach wegzuschauen und den Schatten zu ignorieren. War es der unterbewusste Wunsch, selbst ein selbstloser Held zu sein? Aber der war ich nun einmal nicht. Das war eben nicht die Realität, sondern nur eine Fantasie. Je schneller ich mir das eingestand, desto besser. Nein, ich machte mir nur etwas vor. Nicht einmal in meinem Mädchen zu retten. Deprimiert drehte ich den Kelch zwischen meinen Fingern, überlegte, ob ich ihn nicht einfach meiner Mutter zum Geburtstag schenken sollte, bereute nun, mich nicht besser von der Antiquitätenhändlerin beraten lassen zu haben. Und doch konnte ich meinen Blick nicht von dem darauf abgebildeten Helden lösen. Er sprach immer noch zu mir, als ermutigte er mich, an mich selbst zu glauben. Einbildung hin oder her, ich hing in der Schwebe. Was wäre, wenn, hatte mich immer noch fest im Schwitzkasten? Was also wäre, wenn es da draußen doch dieses Mädchen gab, das sehnlichst auf meine Hilfe wartete und ich nicht aus diesem Kelch, den ich auf schicksalhafte Weise gefunden hatte, trinken würde, nur weil ich mich entscheide, nicht an Wunder zu glauben? Was, wenn wir keine Wunder mehr erlebten, weil wir uns weigerten, an ihre Existenz zu glauben? Huch, das klang fast wie das Intro eines Weihnachtsmärchens. Ich kam zu der Schlussfolgerung, jetzt habe ich den Becher schon einmal, was kann es schaden, etwas daraus zu trinken? Ich tat so, als hätte ich gerade eine logische und vernünftige Entscheidung getroffen, ob schon ich in Wahrheit natürlich meine Fantasie schon wieder damit beflügelte. Eine Überlegung, die mich seit meiner Ankunft zu Hause beschäftigte, war die Wahl des vermeintlichen Heldentrunks. Was sollte ich in den Kelch füllen? Wasser? Wein? Scotch? Würde es eine Rolle spielen? Je stärker der Drink, desto stärker der Held? Hm. Mein Gefühl und mein Appetit sagte mir Wein. Meine Hand zitterte, als ich den Kelch anhob, so aufgeregt war ich. Ich war mir ja sicher, dass nichts passieren würde. Aber was wäre wenn? Pathetisch führte ich den Kelch zum Mund und nahm übertrieben langsam, so wie ich es mir bei einem Ritual vorstellen würde, einen kräftigen Schluck. Während ich den Wein herunterschluckte, fiel mir ein, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, ob ein Schluck reichen würde oder ich den ganzen Kelch austrinken muss, damit es funktioniert. Sicherheitshalber setzte ich den Kelch erst wieder ab, nachdem auch der letzte Tropfen meine Kehle hinunter geflossen war. Neugierig hörte ich in mich hinein, spürte, wie mir warm wurde, der Puls schlag sich erhöhte. Es kam mir so vor, es wurde mir auch ein kleines bisschen schwindelig. Na ja, der Kelch fasste gut einen Schoppen Wein, auf Ex getrunken. Ich lief ins Bad, um mein Gesicht zu begutachten. Meine Wangen waren rot angelaufen, aber ich sah nichts, was ich nicht vorher schon gesehen hätte. Möglicherweise musste man erst eine Nacht darüber schlafen, vielleicht würden sich die Kräfte erst voll entfalten müssen. Aber auch am neuen Morgen nahm ich keinerlei Veränderung an mir wahr und bald verlachte ich meine Aktion wieder als eine meiner fantastischen Spielereien. Eine Frage jedoch ging mir trotzdem nicht aus dem Kopf, nicht am nächsten, über- oder über-über-nächsten Tag, nämlich, wie würde ich eigentlich wissen, falls es funktioniert hatte, dass es funktioniert hatte? Sollte ich es nicht wenigstens irgendwie testen? Nur wie? Sollte ich mich einer gefährlichen Situation aussetzen und abwarten, wie ich reagiere? Wohl kaum. Oder doch? Würde das ein Held tun? Oder nur ein Narr? Musste ein Held vielleicht gleichzeitig ein Narr sein? So viele Fragen. Ich blickte auf meinen Kelch-Helden. Wie jedes Mal zuvor schon aufs Neue beeindruckt, wie furchtlos er mit bloßen Händen das Monster bezwang. Und schlagartig kannte ich die Antwort auf meine Fragen, egal wie wenig sie mir gefiel. Schlussendlich musste ich mich dahin begeben, wo es Monster gab, in den Schatten. So weit war es also gekommen. Ich schätze, ich steckte zu tief in meiner Fantasie, um jetzt einen Rückzieher zu machen, also plante ich für den späteren Abend einen Testlauf durch den Park. Der Fakt, dass ich so etwas früher nie in Betracht gezogen hätte, stimmte mich positiv. Bedeutete es letztlich nicht, dass ich ein ganzes Stück mutiger geworden war? Charlie Charlie freute sich über den überraschenden Nachtausflug, wenngleich er sich etwas perplex zeigte, als nicht wie gewohnt er, sondern ich diejenige war, die straff voranschreitend an der Leine davon zog und er Mühe hatte, mit meinem Tempo mitzuhalten. Nun, es war ein Testlauf gewesen und nein, ich war doch nicht mutiger geworden. Ich gebe es zu, ich hatte eine Heidenangst gehabt. Aber maß hakte ich das Kapitel ab, maßregelte mich, keine neuen Mutproben. Allmählich zog der Alltag wieder ein, abgesehen davon, dass ich mich online immer noch regelmäßig über vermissten Anzeigen von verschollenen Kindern auf dem Laufenden hielt, sie teilweise auch zu verbreiten half. Eines Nachts auf der Heimfahrt von der Geburtstagsfeier meiner Mutter, meine Eltern lebten ein gutes Stück Landwärts, entdeckte ich am Rand der Landstraße ein junges Mädchen, das wohl in die Stadt trampen wollte. Kopfschüttelnd fuhr ich an ihr vorbei, dachte bei mir, das dumme Ding, kapiert die denn nicht, wie gefährlich das ist? Aus dem gleichen Grund habe ich grundsätzlich die Regel, nachts nicht anzuhalten, wenn ich allein unterwegs bin und schon gar keine Tramper mitzunehmen. Aber ich merkte schon, wie ich automatisch den Fuß vom Gaspedal nahm. Es fiel mir schwer, einfach so weiterzufahren. Die Stadt lag immer noch einige Kilometer entfernt, es regnete, das Mädchen war allein. Ich begann mir Sorgen zu machen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich nächste Woche in der Zeitung lesen müsste, dass einer jungen Tramperin in der Nacht von so und so ein Unglück widerfahren ist, weil ich sie nicht mitnehmen wollte? Ich holte tief Luft, brach ich meine Regel doch äußerst ungern. Doch als ich zu ihr zurück fuhr und ihr erleichtertes Gesicht sah, als sie zu mir in den Wagen stieg, wusste ich, dass ich richtig entschieden hatte. Niedergeschlagen berichtete sie mir, dass sie sich auf dem Weg zu einem Club mit ihrem Freund gestritten hatte, weil sie gemerkt hatte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, also wollte sie nicht weiter mit ihm am Steuer mitfahren. Er hatte sich geweigert, sie an seiner Stelle fahren zu lassen, ein Streit entfachte, bis sie es mit der Angst zu tun bekam, ihn aufforderte anzuhalten und aus dem Auto sprang, in der Hoffnung, er würde zur Vernunft kommen und ihr das Steuer überlassen. Er jedoch ließ den Motor wutentbrannt aufheulen und rauschte davon. Sie hatte die ganze Zeit noch gehofft, er würde zurückkehren, aber es gab keine Spur von ihm, noch ging er ans Handy. Mitfühlend bestärkte ich sie darin, dass sie richtig gehandelt hatte in dieser prekären Situation. Auch ich hatte in meiner Teenager-Zeit ein, zwei denkwürdige Nächte erlebt, die dumm hätten ausgehen können und an die ich mich von der Geschichte meines Fahrgastes erinnert fühlte. Das Mädchen namens Adiona machte einen netten Eindruck auf mich und wir kamen schnell ziemlich gut ins Gespräch. So gut, dass ich ihr sogar von meinem Traum und dem Kauf des Kelchs samt meines Trinkexperiments erzählte. Ich wollte bewusst in das Gewand einer Komödie beschränkte mich eher auf die lustigen Anekdoten. Fasziniert lauschte sie meiner Geschichte, lachte sich ihre Enttäuschung und ihren Frust vom Leib und wollte unbedingt Charlie kennenlernen, meinen kleinen Stromer. Es stimmte mich zufrieden zu sehen, dass es ihr wieder besser ging und dass ich ihr vielleicht die eine oder andere kleine Lebensweisheit mit auf den Weg geben konnte. Wir verstanden uns so blendend, dass wir noch eine Ewigkeit vor ihrem Zuhause im Auto quatschten, noch lange über die Bedeutung meines Traums spekulierten. Bei der Verabschiedung tauschten wir unsere Telefonnummern aus, um uns irgendwann mal auf einen gemeinsamen Spaziergang mit Charlie zu treffen. Ich muss zugeben, mir hatte es gut getan, mich endlich mal jemandem anzuvertrauen, meine Gedanken über die Schattenkinder zu teilen. Mit meiner Freundin konnte ich nicht über solche Themen reden, so etwas war ihr zu düster. Sie war einfach aus einem anderen Holz geschnitzt. Adiona hingegen hatte als Scheidungskind mit ihren jungen Jahren schon eine Menge durchgemacht und besaß in vielerlei Hinsicht eine erstaunlich aufgewachte, offene und tiefgründige Sicht auf die Dinge. Sie hatte die Sonnen als auch die Unterhaltung als musste ich noch einmal stark überdenken, wer hier wem die Lebensweisheiten ausgeteilt hatte. Es vergingen ein paar Wochen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, noch einmal von ihr zu hören. Da klingelte eines Tags das Telefon und sie fragte mich, ob ich immer noch Lust hätte, mich mit ihr zu treffen und dass sie mir unbedingt etwas erzählen wolle, was war auf. Was ist passiert? Wollte ich sofort wissen. Sie beruhigte mich, es sei nichts Schlimmes, sondern etwas Cooles. Nun, das aus dem Mund eines Teenagers konnte wohl so ziemlich alles bedeuten. Mit einiger Anspannung und reichlich Neugier verabredete ich mich mit ihr. Am nächsten Sonntag trafen wir uns im Stadtpark. Ein Blick von Charlie genügte, um Adiona völlig zu verzaubern und mich für mindestens fünf Minuten komplett unsichtbar zu machen. Alle Aufmerksamkeit galt dem kleinen gewieften Mops, der sich gefällig auf den Rücken schmiss, um sich genüsslich den Bauch kraulen zu lassen. Würde ich einmal einen Hundesitter brauchen, wusste ich, an wen ich mich wenden kann. Die beiden waren ganz Feuer und Flamme. Irgendwann aber schien auch ich meine Sichtbarkeit zurückerlangt zu haben und Adiona begann aufgedreht, mir von ihrem Erlebnis zu berichten. Nach der Scheidung ihrer Eltern, die mittlerweile schon viele Jahre zurücklag, war ihre Mutter nach vielen Problemen mit ihr weggezogen, aber sie hatte den Kontakt zu ihren Freunden dort die ganze Zeit aufrechterhalten und fuhr ab und zu übers Wochenende zu ihnen, um zusammen auszugehen. So hatte sie auch vor einer Woche ihre Schulfreundin besucht, welche sie in den Abendstunden vom Bahnhof im Stadtzentrum abholte, von wo aus sie zu Fuß zu ihrer Stammdiskothek laufen konnten. Plötzlich platzte es wie ein Wasserfall aus ihr heraus. Ich kann das gar nicht glauben, Mann. Ich bin schon zig Mal in dem Bahnhof gewesen, aber erst letzten Samstag ist mir aufgefallen, dass der Fußboden in der Eingangshalle mit echt tollen Bodenfliesen ausgelegt ist. So richtig alte, weißt du, super schön mit Blumenmustern. Dass ich die vorher nie wahrgenommen habe, kann ich mir gar nicht erklären. Na und mir wurde gleich ganz komisch zumute. Ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Ich dachte, bin ich jetzt in dem Traum gelandet oder was? Und ich habe um mich geschaut, ob ich irgendwo einen Geist sehe oder ein kleines Mädchen, das irgendwie alleine rumsteht und Hilfe sucht. Da war natürlich kein Mädchen, aber das war trotzdem alles so merkwürdig. Und als wir zum Ausgang kam, da stand dort ein fetter Audi voll im Parkverbot und so ein ekliger alter Typ mit Schmalzhaaren, der sah voll fies aus, quatschte dort mit ein paar jungen Mädels, die, ich weiß nicht, also wenn die 14 waren, dann ist das schon hochgegriffen. Und da nahm der doch tatsächlich eine von denen an die Hand und wollte, dass die zu ihm ins Auto steigt. Das war auch nicht ihr Vater oder so. Der hat die voll angemacht und ihr ins Ohr getuschelt. Ich habe keine Ahnung, was er ihr da verklickert hat, aber die war voll und dran, mit dem alten mitzufahren. Ich kannte sie nicht. Und normalerweise hätte ich nie irgendwas gesagt, nach dem Motto, das geht mich nichts an und ich will keine Probleme und so. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, nicht dass ich zum Schluss noch eine auf die Fresse krieg. Weißt du, wie ich es meine? Und ich schwöre dir, ich weiß nicht, was über mich kam. Aber das mit dem Traum hat mich in dem Moment so fertig gemacht, als ich die gesehen habe und die Sache mit den Fliesen und alles. Ey, ich bin auf die zugelaufen und hab den Typen das ist sowieso Parkverbot hier, hau ab oder ich hof die Bullen. Ich konnte das selbst nicht glauben, dass ich das echt gesagt habe. Meine Freundin klotzte mich an, die muss auch gedacht haben, ich habe irgendetwas genommen. Mein Herz bubberte so schnell, ich hatte voll den Adrenalin Rausch, Mann. Irgendwie war das dem Mädel dann doch zu heiß und die ist wieder zu ihren Freundinnen zurück. Der Typ flippte vielleicht aus, sag ich dir. Was der mir an den Kopf geschmissen hat, solche Worte nehme ich nicht in den Mund. Ich dachte jeden Moment, jetzt knallt er mir eine. Und da kam aber gerade so ein Security Mensch an und da hat er es sich dann doch verkniffen und er ist fluchend in seinen Schlitten gesprungen und mit quietschenden Reifen abgezischt. Der stand so unter Volldampf, hat mir aus dem Fenster heraus noch den Stinkefinger gezeigt und dann ist der volle Kanne bei Rot über die Kreuzung gefahren. Boah, das war echt wie im Film. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mir das wirklich getraut habe. Die Kids sind weggerannt, ich habe nicht noch mal mit die Karre steigt. Mann, ich war total platt. Meine Freundin guckte mich an, als ob ich durchgedreht wäre oder so. Aber ich habe mich wirklich irgendwie wie eine Heldin gefühlt. Ich schwöre dir, das hätte ich nie und nimmer gemacht, wenn du mir nicht von deinem Traum erzählt hättest. Total surreal. Und jetzt kommt der Knaller. Das wirst du nicht glauben. Das ist echt der Oberhammer. Da habe ich vorgestern so mit meiner Freundin gechattet und mich nebenbei durch den Newsfeed gescrollt, was gerade so in der Region abgeht. Und auf einmal ist mir fast das Herz stehen geblieben. Halt dich fest, das wirst du nicht fassen. Da war ein Polizeibericht mit einem Bild von einem Typen, den sie Samstagnacht wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer festgenommen hatten. Auf dem Bild waren zwar die Augen verpixelt, aber ich habe den sofort wiedererkannt. Das war genau der Alte mit dem Audi. Und da stand geschrieben, dass seine Festnahme zur Aufdeckung von Verbindungen zu einem überregionalen Sexhandelsring geführt hat, wo sie mittlerweile noch drei andere Männer und eine Frau festgenommen haben und als irgendeiner Wohnung tatsächlich zwei Kinder befreien und wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben konnten. Und jetzt sag mir, dass das alles ein Zufall sein soll. Bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher, ob sie sich die Geschichte nur ausgedacht hat oder ob sie sich wirklich so zugetragen hat. Der Polizeibericht war echt. Ein Bild von den befreiten Kindern habe ich nie zu Gesicht bekommen. War das kleine Mädchen aus meinem Traum eine von ihnen? Spielt es eine Rolle? Aus unserer schicksalhaften Begegnung erwuchs über die kommenden Wochen und Monate eine tiefe Freundschaft. Adiona ist für mich mittlerweile wie die kleine Schwester, die ich nie hatte. Vor kurzem gründeten wir zusammen einen Verein, der bei der Suche nach vermissten Kindern hilft. Unser Logo ist natürlich der Kelch des selbstlosen Helden und Charlie unser Maskottchen. Ob ich je zu einem furchtlosen strahlenden Helden avancieren werde, steht in den Sternen geschrieben. Ich wage es zu bezweifeln. Aber vielleicht ging es bei der selbsterfüllenden Prophezeiung im Endeffekt niemals um mich. Was wäre wenn? Das war eine Geschichte von Andrea Andersson. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns bald alles Gute. Wir danken euch fürs Hören und hoffen, wir konnten euch betören. Hat euch gefallen die Geschichte? Vergesst den Daumen nach oben nicht. Auch ein Kommentar wird uns freuen. Ihr würdet es sicher nicht bereuen. Abo und Glocke seid unser Gast, damit ihr keine Geschichte mehr verpasst. Hohen 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 Hohen